Die kommen. Die kommen mich holen. Nein! Da! Ne! Da! Und da! Und rechts! Ah! Beide! Ah geil, richtig geil. Und den hole ich auch noch wieder. Moin zusammen! In dieser Runde sieht man mal wieder ganz deutlich, wie wichtig es ist, dass man seine Mates wiederbelebt. Obwohl genug Kills, also von unserer Seite, vorhanden sind, verlieren wir, weil wirklich niemand ansatzweise versucht, jemand anderen wieder auf die Beine zu stellen. Dazu muss ich natürlich sagen, dass es Random Teams waren. Also, wer quasi alleine spielt, ist ziemlich aufgeschmissen in Battlefield 5. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, welche Lösung ihr dafür habt, wenn es überhaupt welche gibt. Ansonsten, gönnt euch mal die Runde. Also, Navrik, oder wie die komische Karte auch ausgesprochen wird. Äh, er gibt da oben! So. Wart mal da hinten. Ähm, ähm, da... Halt da mal still. Oh Gott! Ja, so sieht das aus, wenn man vorher eine Karte mit dem SCG gespielt hat. Schlimm. Ja, das mit dem Bruchstoß. Ey! Das sieht ja noch ein bisschen anders aus. Bisschen einfacher. Hier, da ist noch einer. Und... Nö! Also. Dann was denn? Oh! Braucht aber auch ganz schön echt viele Kugeln, ne? Wart mal. Ich höre hier alle. Und ich bin irgendwie... ...so gut wie ganz alleine hier. Jetzt. Oh. Oh, oh. Oh! Oh! Oh, nö! Oh! Oh, ha, ha! Oh, nein! Oh, scheiß Dreck! Und? Werde ich wiederbelebt? Ich. Wo seid ihr? Da! Ja! Schön demoralisieren. Ähm, keine Ahnung, was ich gerade sagen wollte. Ja, ich kann nicht in die Dinge reden. Oh, Mensch! Ja! Also, sind da noch mehr, oder? Wo sind sie? Wo? Da? Da! Boah, ich versteck mich hier erst mal. Oh, nee. Ich versteck mich noch ein bisschen länger. Ja, der stellt sie ihn wieder auf. So halt. Oh, ich hab kein gutes Gefühl. Und? Wie wissen... Nein! Ah, wetten! Der hat mich gepinkt, oder so. Ah, ich wette. Und? Wiederbelebung? Nicht einer in der Nähe. Scheiße, helf mir! Ja! Ah! Nein! Was? Ach, komm! Ah! Und? Wiederbelebung? Mal wieder nicht. Wisst ihr was? Die sollten pro Wiederbelebung den Leuten ein Killgut schreiben, damit die auch so richtig geil drauf werden. Echt? Boah! Oh! Ah! Schmeißt er sie hier in! Oh, geil! Gerade noch so auf der letzten Kugel, oder? Und jetzt? Wo sind die anderen? Da nicht. Da hinten. Krieg ich den? Ha! Auf der letzten Kugel. Und jetzt? Ich weiß nicht, ob das klug ist, da jetzt durchzurennen. Das ist nicht klug, oder? Vor allem, weil die da oben sind und nicht da unten. Ah, die sind zu weit weg! Ah, war die Time to Kill damals. Geil. Als man die auch sehr entfernen und erholen konnte. Also, effektiv. Wo ist der denn überhaupt? Oh! Ha! Geh durch! Ah! Ah! Was? Ah, mit der Pistole! Granate rein. Oh! Oh, nee! Jetzt liegt auch noch einer! Ah! Ich muss erst mal die Pistole wechseln. Ich kann mit diesen Revolvern einfach nicht umgehen. Ich kann das nur mit der Hubi. Gehe ich noch wiederbelebt. Mal wieder. Nicht. Ich kann es immer nur wiederholen. DICE ändert das, dass die Leute pro Wiederbelebung einen Kill kriegen. Dann wird das auch wieder gemacht. Ernsthaft. Äh, erst mal was. Genau, die Wubi. Aber da kann ich viel besser mit. Ähm... Was ist denn da los? Oh, nein! Oh, nee! Das funktioniert nicht. Wenn man aus der Entfernung mit der Typ 2a zwei auf einmal anvisieren will. Und die kippen beide nicht um. Dann hat man nicht genug Problem für den zweiten. Oh, da oben. Oh. Was war das denn? Was war das denn? Und werde ich wiederbelebt? Mal wieder. Nicht. Nicht mal ansatzweise. Also. So. Gehen. Wo ist er? Da. Einfach mal reinspringen. Irgendwas trifft man damit schon. Huh! Guck, guck. Das ist noch mehr. Ah, so offensiv kann man auf dieser Karte ganz alleine einfach nicht spielen. Wenn wir die anderen einfach so dumm in die Campen haben, hat man das Gefühl. Den da noch. Boah, ich trau mich nicht. Na, was denn? Vielleicht mal von hier aus. Ah, ich geh jetzt rein. Und jetzt seh ich wieder nichts. Den. Nö. Den aber. Da. Nein, nicht klettern! Ah! Warum klettert der? Nein, 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 jetzt. Diese behinderte Kletter-Animation, ne? Und werde ich wiederbelebt. Nicht mehr ansatzweise. Obwohl da ja einer ist. Der versucht es. Jetzt gar nicht. Granate! Und. Ha, ha, ha! Ha! Die Granate, die hat's gemacht. Oh! Ja, schau, zeig dich. Hast du fein gemacht. So. Ich wette hier in der Hütte. Der ist doch gerade einer reingelaufen. Oh! Ohohoho! Zwei! Ne, drei! Oh. Siehste, die beleben sich alle so toll wieder. Und ich lieg hier in der scheiß Schnee. Und deswegen verlieren wird, glaube ich, gerade auch das ganze Match. Obwohl wir ja pilzmäßig nicht ganz gut sind. Das ist so traurig, wenn man nicht wiederbelebt wird und es eigentlich ja möglich wäre. Ah! So sinnlos. So sinnlos gestorben. Und. Wiederbelebung. Na komm! Das schaffst du, Junge. Wegen. Wegen. Wegen einer im ganzen Spiel. Oh! Er macht's wirklich. Und er verkackt. Hallo. So, ähm. Äh. Let's mal kurz warten. Weil. Ich hab. Keine ehrliche Ahnung, wo die sind. Da! Ist einer und der liegt da noch. Mein. Hier kommen, Leute. So geht er auf einmal mit der Spritze reinhauen und dann steht der Bursche wieder. So. Und jetzt müssen wir hier wieder hin. Oh! Sammeln. Boah. Sammeln die sich alle ständig. Aber. Hier. Ich hör was. Da. Da. Irgendwo da. 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 Oh! Nein! Nein! Nee! Nicht schon wieder! Hier, Ubi. Ubi. Ubi macht's nicht! Ähm. Ähm. Nachladen. Komm. Komm, ich hol' ich. Nein! Da! Nee! Da! Und. Da! Und. Rechts! Ah! 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 Beide! Ah! Ah! Geil! Richtig geil! Und! Den hol' ich auch noch wieder! Ah! 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 Kunde! Die Runde ist so gut! Die Runde ist so gut! Jetzt müssen wir noch einmal gucken! Kann man hier nochmal auflegen? Ja! Nee! Da ist nichts mehr! Ja! Das ist ja. Das ist ja! Komm, mir war da gar nicht mehr so viel! Der fang jetzt nicht aufgeben! Nee! Mann! Gott zum Ende da noch einmal sterben! Oh Mann ey! und da kommt Wiederbelebung einer irgendwo irgendjemand ich geb's auf das ist so traurig dass es keiner macht so hat der Quitten schon wieder welche da oben das ist zu weit weg definitiv das geht nie was ja Leute das war eine Runde Team Deathmatch und mit ein paar Sannis die ihren Job irgendwie nicht richtig oder gar nicht gemacht haben also ich wurde so gut wie gar nicht bis auf einmal wiederbelebt ja wenn euch die Runde trotzdem gefallen hat und ihr mich unterstützen wollt dann könnt ihr mir gerne ein Abo da lassen ein Like wäre natürlich auch nicht schlecht ich sage erstmal Tschüss und bis bald